Muss ich gleich mal gucken. Das ist ein komischer Level. Hat das schon mal gesagt? Meine Nase juckt. Wenn ich die jetzt hinsetze, ist da was drin? Nee. Vielleicht haben wir es ja auch kaputt gemacht, was da drin war. Ich glaube, wir müssen da hinten rüber. Wie schön, dass du zu doof bist, um da rüber zu kommen. Diese Mini-Zombies können hier also auch spawnen. Das freut mich ja. Das war ironisch. Tja. Boah. Es gibt ja hier auch kein Bett, ne? Na super, hier können hier echt alles spawnen. Hoffentlich nicht hier direkt, wo wir sind. Das ist ja klasse. Hier sind überall, äh... Na toll. Zum Glück sind die zu doof, um da rüber zu kommen. Aber ich möchte jetzt hier nicht diese Plattform verlassen, weil wenn es hell wird, also das ist, ich weiß nicht, ich glaube, das ist nichts für ein Let's Play. Da kann man persönlich mal gucken, ob man das hinkriegt. Ich weiß ja nun, wie es funktioniert. Ich würde jetzt diese 40 Bretter nehmen, um da hinten hinzukommen. Und da würde ich den Baum abbauen und würde dann hoffen, dass die anderen Bäume langsam wachsen. Und dann würde ich halt da hinten weitermachen. Und irgendwo am Ende steht dann herzlichen Glückwunsch. Wie das funktioniert, kann ich mir jetzt vorstellen. Aber das ist, also, ich werde es nicht löschen. Chest in a Tree Survival. Aber das ist halt echt nichts für, ne? Floating Island Survival. Was ist denn Skyblock? Das klingt wie ein Jump'n'Run. Eis. Und ein Lava-Eim. Oh, wie schmilzt das nicht, wie ich das zusammen im Inventar habe? Hö. Ja, pff. Bis hier ist ja nix. Da hinten ist was. Hm. Ich weiß nicht, wozu wir jetzt einen Lava-Eimer haben und Eis. Da kann ich Wasser draus herstellen. Aber das bringt mir effektiv nix. Hm. Ja, wie... Da drüben würde ich gerne gucken, was da ist. Aber wir wollen doch jetzt nicht schon wieder sowas machen, oder? Das war jetzt die Insel abbauen und damit dann eine Brücke bauen. Weil das ist ja jetzt ein bisschen ausgelutscht. Funktionieren wird das ganz sicher. Aber das ist ja schon so ein bisschen ausgelutscht jetzt, äh... Nachdem wir da einmal diese Insel hatten. Muss ja echt Langeweile haben. Ja, das ist ein Eisblock. Da kann ich jetzt Lava drauf machen. Und das ist jetzt dann auch dazu obsidieren geworden, oder nicht? Kann ich dich da wieder wegnehmen? Kann ich wohl. Und der Eisblock ist jetzt geschmolzen. Und was ist stattdessen da? Okay, nix mehr. Das fand ich jetzt nicht sehr hilfreich. Hm. Nein, was... Wie jetzt? Ist es weg? Fick dich, Alter. Fick dich einfach. Jetzt hat er das einfach weggekickt. Der Vollidiot, der Spacken. Ich wollte nämlich eigentlich sowas hier hinkriegen. Dass wir uns denn hier irgendwie so ein bisschen was Sinnvolles erarbeiten können. Aber das ist ja auch Quatsch, weil es gibt hier ja nicht wirklich so, ne? So, das brauchen wir nicht wirklich... So, schaufeln vielleicht für die Erde, damit es schneller geht. Aber sonst brauchen wir das ja alles hier gar nicht. Hm. Ach, nö. Eigentlich habe ich keine Lust, jetzt hier wieder so eine Insel abzubauen. Also nicht jetzt zum Beispiel, weil wir haben ja eben gerade erst die ganze Zeit was abgebaut. Äh. Ich glaube, das machen wir mal irgendwann anders weiter. Hm. Aber ich bin ganz vor, dass ich so viele Maps ausgebuddelt habe. Oh, das macht es abwechslungsreich. Also wenn wir immer nur alleine zocken. So, ohne... Weil es gibt einfach schon zu viel Minecraft Let's Play. Jeder Hinz und Kunz hat ein Minecraft Let's Play gemacht schon. Äh. Oh. Das ist die letzte Schicht. Hm. Wie gesagt, also jeder Hinz und Kunz... Äh, okay. Das geht jetzt ewig weiter runter. Schön. Wie gesagt, jeder Hinz und Kunz hat, als es rauskam, Minecraft Let's Play gemacht. Weil das ist ja geboomt wie nix, ne? So, und äh... Namenhafte Let's Player haben da auch ganz, ganz viele Folgen schon von gemacht. Und... Es gibt hier sogar einen sehr bekannten, der 1.350 von Ihnen gekriegt hat. Es ist einfach ausgelutscht. Du kannst Minecraft eigentlich nur nebenbei als Berieselung machen. Und währenddessen quatschst du einfach über irgendwelche interessanten Themen an. Das kriegst du Minecraft hier nicht wirklich verwurstet. Und deswegen werde ich hier auch nicht ewig und drei Tage Folgen machen. Das wird irgendwann ausgelutscht sein. Dann gibt es nix mehr zu tun in Minecraft, ne? Und wenn du keine Themen zu quatschen hast, dann ist das ein großes Anschweigen und Lego für Erwachsene. Wobei Erwachsene ist ja hier relativ. Das ist, äh... Dazu musst du nicht sehr erwachsen sein, um das hier hinzukriegen. Hm. Wenn da drüben jetzt gleich steht, sie haben es geschafft, dann bin ich für nämlich ein bisschen verarscht. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Hm. Komische Sache hier. Äh. Ich werde demnächst in meinem Computerspiel auch weiterarbeiten. Je länger ich warte, desto mehr Ideen kommen mir, was ich dann auch alles irgendwie machen und tun will. Aber irgendwie, äh, muss ich die dann auch mal realisieren. Was ich aber dazu auf jeden Fall brauche, sind irgendwie Schauspieler und Synchronstimmen und so. Weil ich kann das immer nicht nur alles wirklich nur alleine machen. Das meiste krieg ich alleine hin. Aber man braucht wenigstens mehr Gesichter, damit das ganze Stück ein bisschen mehr in Tiefe gewinnt. Weil, auch wenn ich hin und wieder den ein oder anderen Geister also übernehmen kann als Rolle, ne? Äh, wir nehmen mal die Bretter jetzt weiter. Werde ich trotzdem auf Dauer damit nicht sonderlich gut fahren. Ich glaube, das mit der Schaufel hätten wir lassen sollen. Hm. Wir haben jetzt gleich alles verbraten hier. Da kommen wir nicht rüber. Nicht so, ne. Ja, ne, das mit den Schaufeln hätten wir uns sparen können. Ist ja nun eigentlich so wichtig, dass wir da jetzt schneller die Erde abgebaut haben. Wo das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, ist, wir können hier den Baum pflanzen. Und die kann ich abbauen. Genauso wie die Truhe abzubauen ist. Da ist jetzt nichts mehr drin, genau. So, hier ist zwar auch noch unten, äh, äh, Untergrund. Aber den können wir auch nur noch irgendwie, ne? Und das bringt nichts. Hier ist ein Stückchen irgendwas sehr Hartes. Ja, da müssen wir, den Baum hätten wir anpflanzen können mit dem Wasser. Ja, das haben wir uns jetzt natürlich verpatzt. So, dann tue ich da Lava hin. Einfach damit hier irgendwie... ...zelt unterhaltsam anzugucken. Wir hätten das einschmelzen sollen, das Wasser. Dann wäre der Baum vielleicht eher gewachsen. Weil so weiß ich nicht, ob er das überhaupt tut. Na ja, mal sehen, wie das mit meinem Spiel wird. Ich sehe das ganz positiv. Natürlich sehe ich das positiv. Es ist ja auch mein Spiel. Es ist schon traurig. Man kann hier nichts weiter tun. Und in der Truhe wäre dann wahrscheinlich irgendwas... ...wo darin steht aber nur, sie haben gewonnen. Oder machen sich hier ein schönes Leben auf diesen... ...zwanzig Blocks oder was weiß ich hier. Ja, ich kann hier nichts machen außer warten. Ja. Das ist eine Mini-Version von dieser... ...Map, die uns schon so viel Spaß bereitet hat. Es war nicht so toll, ja. World? Bei Techie sonst was? Was ist denn World? Ich sehe nur Sky im Moment und nicht World. Er lädt sich ja noch irgendwie und gleich macht es Wumms und wir haben hier eine Welt. Huch. Ach Mensch, das kennen wir doch. Das haben wir doch schon mal gehabt. Ich spreche da zurück zum Hauptmenü. Das können wir also auch wegtun. Das ist ein Server. Den hatten wir ja schon mal in einer anderen Folge. So, Adventure Map bei Grim Hollow. Wer auch immer. Ne, Grimlock Hollow. Ja, ja, ich möchte das schon starten. Das macht Sinn. Schon wieder Rules, Adventure. Ich kenne keine Rules. Hiermit können wir zum Beispiel die Umgebung abfackeln, wenn uns das ein bisschen abfuckt. Wobei die Umgebung sich hier schon selbst abfackelt, wie es aussieht. Von der Farbe dieser Wollblöcke her ist es hier diese Map, in der wir eben schon waren. Die Server Map. Nur halt abgefackelt. Schweizer Käsebäume. Was ist denn da? Was ist denn hier ein Adventure Map? Da ist ein Haus. Gehen wir da mal hin. Ich habe heute mich gar nicht viel bewegt. Viel eingesammelt. Hall of Records. Gibt es hier noch etwas zu lesen? Ich fand das Geräusch immer so lustig. Das erinnert mich so ein bisschen an Edward Thompson. Ich will hier keine Sagen lesen. Ne, das erinnert mich so ein bisschen an Luigis Menschen, finde ich. Braucht sie gewisse Motze oder so? Oder soll das so löchrig sein? Ja, leck mich Arsch, du. Brichst du dir wieder einen Fuß an? Das sieht alles so gewollt aus, weil das ist ja auch alles am Brennen. Hm. Ja, sieht ganz schick aus. Man könnte sich hier auch eine nette Welt aufbauen. Aber das ist schon irgendwie merkwürdig. Ich wähle den Freitod. Bam, 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 bam. Tak, 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 tak. Burn, burn in hell, motherfucker. Burn. So, Hauptmenü. Einzelspieler. Löschen haben wir reingeguckt. Das finde ich nicht so. Weißt du, so eine Map muss mich überzeugen, sobald ich sie starte. Frost Breath, sogar in einer Schrift. Das interessiert mich ja jetzt. Huch. Frost Breath. Aha. Ironcraft Survival Maps. Gott, er kriegt mehr Augenkrebs bei dieser Umgebung hier. Karte. Noch eine Karte. Äh. WTF? Ja, ja, was ist das? Ich wüsste gar nicht, wo ich da bin. Aber es sieht alles sehr verschneit aus. Verdaumen wir auch Frost. Englisch? Espanol. Nee, dann Englisch. Roots, use at least easy difficulty play in survival mode. You can break craft and place blocks. Do not leave the boundaries of the map. Objectives, find warm clothes and unit outside the aircraft to avoid dying of hypothermia. Oh Gott, man kann hier tatsächlich erfrieren. Man darf ja. Huch. Eine Glasflasche. Jetzt hat ein Igloo. Ich fühl mich hier mollig drin. Das ist gemütlich. Sogar Teppich. Roter Teppich. Mann, das ist doch ganz cool. Gibt's hier auch. Also irgendwie soll ich hier... Soll ich hier irgendwo raus? Hm. Also hier anscheinend nicht. Spiel. Sollst du mich ärgern? Es ist ja... Soll ich hier nicht irgendwo raus? Ich würde gern. Äh. Ich befürchte, ich kann mich hier anstrengen, wie ich will. Aber ich kann auch so machen. Ich kann ihn auch zerstören. Also. Kleiner Bunker da unten. Ich hoffe nicht, dass ich hier erfriere. Leatherhosen. Gefärbt. Finde ich cool, dass es geht. Dass man das färben kann. Warte, 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 warte. Was war das? Ein Ei. Hm. Eine Karte. Schon wieder die gleiches? Aha. Das hier ist also eingezeichnet. Was ist das denn? Oh, eine Lederjacke, die eingefärbt ist. Das finde ich aber schön, dass man das färben kann. Das finde ich echt rutzelig. Siehst du, das ist was, das ich mir fürs Let's Play merken kann. Dafür ist es auch gut, hier diese Adventure-Möps mal durchzuwuseln. Und war das denn hier in Flugzeugen abgestürztes oder so? Ist das hier Forest für Arme? Ein Cookie. Eine Schallplatte. Gefärbte Lederhose. Papier. Leder. Also es gibt ja schon viel einzusammeln. Oh, ein Ofen. Holzkohle. Ich würde mal sagen, den Ofen nehmen wir einfach mit. Aber es dauert mir hier zu ewig. Der ist auch aus Stein. Den müssten wir irgendwie abbauen können. Aber die Kohle nehme ich erstmal mit. Wer weiß, ob welche bleiben. Eine Schüssel. Das ist ein Scheißhaus. Da ist ein Trichter mit Wasser drin. Das ist ein Scheißhaus. Die Musik ist wieder schön. Aber die gefällt mir sowieso grundsätzlich. Ein Stock. Hm. Das ist eine Turbine. Das ist ein Flugzeug gewesen. Wer bist du? Wasserflasche tauscht du gegen eine Glasflasche. Also er tauscht... Er trinkt es aus quasi. Oder was? Das ist nicht sehr hilfreich. Wobei... Vielleicht bringt das ja noch irgendwas. Das würden sie doch nicht einfach so sinnlos machen. Und ich... Er könnte doch... Hier raus Wasser schnappen. Und dann gebe ich ihm das. Und kriege ich dann... Vielleicht habe ich dann eine extra Flasche oder sowas. Das brachte mir jetzt aber in der Tat nichts. Der hat sich jetzt höchstens gefreut oder so. Soll mir ja recht sein, wenn wir ihm dann Gefallen getan haben. Das ist ja auch noch eine leere Flasche. Noch eine Schallplatte. Hoch. Das ist ja eine Spielerei. Hier hätten wir sowieso hochgekonnt. Ist hier oben irgendwie die gehobene Klasse oder wie ist das? Oh, ein gefärbtes Lederhemd. Passt das farblich besser zueinander? Naja, jetzt sehen wir so ein bisschen aus wie so ein... Möchtegern. Okay. So. Ich mag große Hemden. Eigentlich gar nicht. Das ist ja richtig hart. Granit oder so ein Zeug. Aua. Aber ich könnte doch vorne die Scheiben einschlagen. Es geht leichter. Mein Junge, ich helfe dir. Man darf hier doch Sachen einschlagen. So stand's doch auch. Na du? Jetzt weiß ich aber, wo wir sind. Ja, ins Cockpit eingebrochen. Aber ist doch eigentlich ganz lustig, die Gegend hier. Ich denke mal, zu dieser Map werden wir später auf jeden Fall zurückkehren. Im Moment ist das ja so ein, let's schauen wir mal, was auf der Platte noch so rumfliegt. Und bedienen wir uns mal an den Ideen anderer. Aber, naja. Dann wollen wir mal schauen, was uns in dieser eisigen Einöde noch so erwartet. Von daher, bis zum nächsten Video. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und tödödödöd. Vielen Dank fürs Zuschauen und tödödöd.